Er schwingt sich auf sein Moped und schaltet in den ersten Gang. Platz da an alle, fahrt jetzt lieber mal ganz schnell rechts ran. Hier kommt Gunther! Hey! Kass, voll auf, Feuer frei! Gunther schaltet in Gang 2. 1 für 50, stück herunter und wir zählen alle munter. 1 und 2, Gunther schaltet in Gang 3. 1, 2, 3! Gunther, 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 kriegst ein Vorderhalt nie munter. Wir haben ein Igold und das ist Gunther. Guntherbrecher, Guntherbrecher, schaltet aus und soll ein Lautsprecher. Wir haben ein Igold, Guntherbrecher. Am Straßenrand, da stehen die Mädels. Sie lieben ihn, sie wollen ihn nackig sehen. Er ist so cool, er ist so schön. Gunther lässt die Roller stehen. Auf dem Hinterrad fährt er schützt gern und jetzt schaltet er in den vierten Gang. Hier kommt Gunther, schaut mal alles her. Nur mit Akkobanik wird ihm gar nicht schwer. Gunther, 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 kriegst ein Vorderhalt nie munter. Wir haben ein Igold und das ist Gunther. Guntherbrecher, Guntherbrecher, schaltet es aus unserem Lautsprecher. Gunther, 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 kriegst ein Vorderhalt. Wir haben ein Igold und das ist Gunther. Guntherbrecher, Guntherbrecher, schaltet es aus unserem Lautsprecher. Wir haben ein Igold, Guntherbrecher. Guntherbrecher, unser Held, der passt ja voll in die Welt. Auf dem Hinterrad, durchs Land, dafür ist er bekannt. Gunther, 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 kriegst ein Vorderhalt nie munter. Wir haben ein Igold und das ist Gunther. Guntherbrecher, Guntherbrecher, schaltet es aus unserem Lautsprecher. Wir haben ein Igold und das ist Gunther, Guntherbrecher. Oh ja, Guntherbrecher, schaltet es aus unserem Lautsprecher. Alles kommt und sagt euch ja